Ja, was die Finanzierung betrifft, natürlich also wir arbeiten erstmal alle im Team ehrenamtlich, sowohl meine Kollegen in Bremen, Mohammed Salem und ich. Aber leider Gottes müssen wir immer jedes Jahr kämpfen, um unsere Veranstaltung auch finanzieren zu können. Wir haben dieses Jahr glücklicherweise die Kirche, die uns unterstützt, auch einige Moscheen arbeiten auch mit uns ehrenamtlich. Aber das Landzentrale für Bildung spielt auch eine ganz große Rolle, auch bei uns in der Finanzierung. Sonst haben wir immer jedes Jahr das gleiche Problem. Wie können wir gute Referenten nach Hamburg holen und wie wir diese Honorare auch zum Beispiel bezahlen können. Die Räume bekommen wir glücklicherweise von der Universität Hamburg und der Universität Bremen, also umsonst, also beziehungsweise Graz, zur Verfügung. Und das macht uns also die Arbeit viel leichter. Aber wir wünschen uns natürlich auch einen starken Partner, der auch immer wieder uns unterstützt, also für die Kulturwochen. Das wäre wünschenswert natürlich.